herzlich willkommen hier ist cornelia und wir werden jetzt den wunsch nummer 6 verstärken du hast deine kerze du hast deine wünsche ziehen jetzt einen wunsch dann nimmst du diesen wunschzettel und legst ihn auf dein herz chakra schließt die augen so lange bist du das glöckchen dann hörst also augen schließen ein zentriere ich spiele energie von diesem zettel und sagst du dir ich erlaube mir dass mein wunsch erfüllt wird ich erlaube mir dass mein wunsch erfüllt wird ich erlaube mir dass mein wunsch erfüllt wird das endest alle liebe die du jetzt aufbringen kannst in diesen zettel dann haltest du deine hände vor deiner brust und sagst dreimal danke 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 öffnest langsam wieder deine augen ist wieder vor allem hier und jetzt die nächste aufgabe die du hast ist diesen wunsch zu transformieren bevorzug mit feuer die du hast 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 Untertitelung des ZDF, 2020